Vielen, vielen Dank. Alltag kann ja durchaus auch mal ganz schön sein, wenn man vorher Extremsituationen in der Ziele erlebt hat. Fände ich nicht. Du streichst auch so eine charmante Langeweine aus, vielversprechend. Ich bin gespannt, was wir jetzt von dir hören, weil das, was du ja an ersten Eindrücken vermittelt hast, war ja alles andere als langweilig. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt seid ihr bestimmt gespannt, wie es weitergeht nach dem ersten Date und dann gucken wir mal. Also, wenn ihr auseinander geht nach dem ersten Date, würde ich dir, dem Mann, empfehlen, ihr abends noch zu schreiben, dass es dir sehr gefallen hat. Falls die Frau das nicht sowieso schon gemacht hat. Anschließend gibt es wieder unterschiedliche Pläne für Männer und Frauen. Da es die feminine Energie ist, Bindungen herzustellen, darfst du dich als Frau jederzeit beim Mann melden, egal ob am ersten Tag, danach oder nach einer Woche. Als Mann solltest du jede beiläufige Nachricht einer Frau als Indiz dafür werten, dass sie gerne ein weiteres Mal mit dir ausgehen möchte. Jetzt ist es ganz einfach, wenn sie sich meldet. Du schreibst, hey, ich möchte dich wiedersehen, wann hast du Zeit? Und das bitte ohne 25 erröte Smileys oder so ein Mist. Also, das sehe ich immer wieder bei Männern, die daten, dass die so, weiß ich nicht, dann noch ein Smiley, noch ein Smiley und noch und das ist irgendwie unmännlich. Zusätzlich möge der Leser bemerken, kein langes SMS-Gesülze oder WhatsApp von Seiten des Mannes. Mach das nächste Date aus und tendenziell weg vom Telefon. Wenn die Frau dir ein SMS schickt, darfst du und sollst du natürlich gerne wieder darauf antworten. Es ist für den Prozess viel versprechender, wenn sich die Frau als erste meldet, weil, wie schon gesagt, sie das Tempo vorgibt. Wenn du als Mann nichts von dir hörst, melde dich in drei bis vier Tagen und mach für die nächste Woche ein Date aus. Schreibt nicht so etwas wie, ich hoffe, es hat dir gefallen. Würde James Bond so etwas schreiben? Nein! Natürlich gehst du davon aus, dass es ihr gefallen hat, weil es ja immer so ist bei dir und den Frauen, die du triffst. Also, das ist wirklich, das habe ich auch immer wieder erlebt, Dating ist Mindset. Wenn man da sitzt total entspannt und denkt, ja, ist doch klar, wie der Abend läuft und Logo. Dann ist es ganz anders, als wenn, ja, Gott, was mache ich hier? Was soll ich jetzt machen? Und ja, dann geht es immer so weiter. Der Job des Mannes ist es, Dates auszumachen und sich um die Logistik zu kümmern. Also, um Restaurants und so weiter. Das hassen Frauen ja, wenn sie das Restaurant buchen müssen. Das haben wir Frauen auch immer wieder gesagt. Das ist so herrlich, dass du das Restaurant buchst und muss ich es immer machen. Und ja, es gibt dieses herrliche Dating-Sprichwort im Englischen von Hang out, have fun, hook up. Also, in etwa, geh raus, hab Spaß, werde körperlich. Also, man denkt ja immer, es ist so kompliziert, aber es ist eigentlich das Einfachste von der Welt. Man geht raus, hat Spaß und dann, wenn man sich mag, kommt der Rest halt so, ne? Die Frau ist eher zuständig für Labels, also Gespräche wie, haben wir jetzt eine Beziehung? Mach das als Mann möglichst nicht, zumindest nicht zu früh. Rede als Mann in den ersten 60 Tagen eher wenig von deiner Zukunft mit der Frau, sonst hast du rasch gar keine mehr. Wenn du zulässt, dass die Frau sich meldet, wirst du merken, dass die Abstände kürzer werden. Das Interesse der Frau steigt und sie will dich immer öfter sehen. Wenn du es so gestaltest, geht es nach dem Tempo der Frau, die sich meistens etwas mehr Zeit nimmt mit ihren Emotionen. Und wenn die Frau dich jagt, kann sie dich nicht in den Orbit schießen. Das geht genauso wenig wie Hinsetzen und Aufstehen zur gleichen Zeit. Und nochmal, nirgendwo steht etwas von Sexting oder davon der Frau vor der richtigen Zeit, grobe Angehungsversuche oder entsprechende Bildchen zuzumuten. Wenn der Mann sich nicht meldet, kannst du als Frau natürlich noch einmal aktiv werden. Du musst aber nicht direkt ein Date vorschlagen. Es sollte reichen, zu schreiben, dass du es schön fandest. Wenn das nicht genügt, hat der Mann wohl wenig Interesse. Weniger ist mehr. Vielen Menschen geht es so, dass sie alles richtig arrangieren mit potenziellen Partnern, die sie gar nicht unbedingt haben wollen. Woran liegt das? Vermutlich daran, dass man total entspannt ist und den anderen nicht zwingend haben will. Damit hat der andere die Möglichkeit, ganz im eigenen Tempo auf dich zuzukommen. Das ist besonders wichtig bei Frauen, dass sie sich, ich konnte mal sagen, wie das bei euch ist, dass sie sich langsamer verlieben als Männern. Man sagt, manchmal dauert es sieben Wochen bei Frauen. Wie verhältst du dich bei Menschen, die du einfach fantastisch findest? Genauso, hatte ich eben schon gesagt. Nicht zu viel machen, nicht gleich die Gefühle ausschütten. Das hat mir auch diese besagte Brasilianerin erzählt damals, dass der Mann, der sie vorher gedatet hätte, der hätte gezittert auf ihrem Date. Das ist natürlich irgendwie uncool, sag ich mal so. Würde nicht, ich wollte es nicht tun. Nicht zu viel machen. Nicht gleich die Gefühle ausschütten. Es ist okay, jemanden zu wollen und auch das grundsätzlich zu zeigen. Es ist nicht okay, jemanden zu brauchen. Dieser feine Unterschied ist in Wirklichkeit der absolut entscheidende. Indifference makes the difference. Der fast wichtigste aller Dating-Ratschläge. Ja, es ist immer so, wenn man sich so gebraucht will, dann gefühlt der andere es so needy. Dann ist sofort, was will der von mir? Wenn du so agierst, fühlt der andere sich zwar gewollt, aber absolut frei. Und wer sich frei fühlt mit dir, fühlt sich geliebt. Ganz konkret bedeutet das auch, dass ein Date pro Woche am Anfang absolut ausreichend ist. Du hast genug Zeit, dich mit den Freundinnen auszutauschen, wie es denn war, und den anderen etwas zu vermissen. Denk immer daran, in den Tagen, an denen du den anderen nicht siehst, entwickeln sich die Gefühle. Darauf solltest du besonders achten, wenn du ahnst, dass du derjenige bist, der zunächst mehr Gefühle hat. Meistens der Mann. Mache am Anfang auch keine Geschenke, keine regelmäßigen Gute-Nacht-SMS, keine Blumen. Misstrauisch würde ich bei einem schlechten Bauchgefühl werden, egal wie gut eigentlich alles war. Wir haben alle noch diesen Gefahrensensor in uns. Außerdem würde ich aufpassen, wenn du das Gefühl hast, du müsstest dich irgendwie anders geben, als du bist. Und auch, wenn du zu einem frühen Zeitpunkt kritisiert wirst. Zum Beispiel, sieh doch mal ein Kleid an, Hosen stieren dir nicht, ich mag deine Frisur nicht. Negativ zu werden, ist auch jede Form von Lovewarming. Also zum Beispiel sofortiges, ich liebe dich, du bist total besonders, oder SMS mit ziegherzchen. Taktik oder Gefühlen freien Lauf lassen. Immer wieder höre ich insbesondere von Frauen, Mann sollte doch seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ich kann nur sagen, dass ich damit früher eher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es ist zu viel und zu früh und erstickt Spannung und Mysteriosität. Insbesondere sehr attraktive Menschen hassen es, wenn sich ihnen der andere sofort vor die Füße wirft und sie ihn lesen können wie ein offenes Buch. Oder was sagst du dazu? Absolut, genau. Es geht aber auch nicht darum, den anderen absichtlich durch Taktiken zu manipulieren. Das Problem ist, dass vor allen Dingen Männer eine Gehirnwäsche hinter sich haben, durch Medien bzw. Filme, in denen zu 80% Verhaltensweisen gezeigt werden, die im realen Leben einfach nicht funktionieren. Dort werden Männer gezeigt, die Frauen hinterher rennen, bis diese schließlich einknicken und dann sagen, ich liebe dich doch, nach einem halben Jahr hinterher rennen. Oder dass die zögernde Frau durch ein mega, super, hyper, super Date überzeugt wird. Never ever. Selbst Frauen wissen oft nicht, wie Frauen funktionieren. Sie sagen manchmal, dass sie sich einen romantischen Mann wünschen, der ihnen Liebesbriefe schreibt. Den Kopf verdrehen tut ihnen aber der coole Surfer, der sein Ding macht, sie einfach nicht eingeschätzt und eingefangen bekommen. Tja. Und Kitesurfer vielleicht. Ich kenne das von mir auch. Eine Frau, die einfach alles macht, was man von ihr will, ist nur kurzfristig interessant. Es fehlt der Widerstand des Erobern. Wenn ich sie aber toll finde, ist es extrem gut für die Anziehung, wenn sie ein bisschen laid back ist. Das funktioniert selbst, wenn ich weiß, dass es so funktioniert. Insofern kann ich nur immer wieder sagen, probiere die Dinge in diesem Buch aus, auch wenn du nicht dran glaubst und schau selber. Sie sind keine Taktik, sie führen einfach dazu, dass du dich wieder normal benimmst. Ich habe das mit vielen Paaren diskutiert. Was hilft es, eine Verhaltensweise zu zeigen? Zum Beispiel immer wieder seine Schwächen mit dem Partner zu besprechen, wenn das zu sinkender Attraktivität führt. Überlege immer, was das Ziel ist. Willst du einen Partner, der immer etwas verliebt bleibt oder eine Therapeutin in deinem Bett haben? Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.